Der hat so reingetrollt, Digga. Das ist Knickstar, der spielt manchmal krass und manchmal verschwricht. Ja, der hat sich auch einen Final droppen lassen gegen mich. Aber der hat komplett reingetrollt, da wurde der Elo-Dropping-Band. Aber der hat komplett reingetrollt. Warum ist Block so gut? Äh, der ist halt besser. So, ich hab jetzt mal gestartet alles. Warte. Mal wieder nur Plus-Elo gemacht, Digga, wie jeden Tag. Vor einer Woche hab ich den Typen komplett getreten. Hä? Ja, aber 1,20 ist halt nicht so schwer wie 1,8 zu lernen. Das ist halt einfach so. Ja, weil der Skill-Level noch nicht so hoch ist wie in der 1,8. Na, das wird auch niemals den Point erreichen können. Den Point, sagst du? Ja, oder du kannst ja nicht mit der Rot jemanden locken oder so. Es ist halt einfach so. Das Shield hast du und das mit dem X und so. Ja, das ist schon krass, wow. Aber da hast du halt nicht so viele Möglichkeiten, wie du Leute auf Distanz erhitten oder sonst was. Wie witzig, jemand mit einem Shield erhitten. Du kannst halt nur blocken. Und das mit der Axt kannst du es ja nur zerschlagen. Und vielleicht gute Crits ausgeben. Also mit der Axt mit werfen. Jürgen, jetzt war ich mit Block, sorry. Dann kannst du einfach die Axt nehmen und auf ihn werfen, so auf den Gegner. Das geht auch. Junge, das war wegen dem Internet. Jetzt. wenn ich reingehe ist ein 20 an der Welt für das war so scheiße Locke spielt auf Drain und ist das insane er ist halt ein er ist halt ein Schweinewohnloser aber ein geiles Schwein der schon siehst du XRD 0 1 Millionen aufgrund der drei Bits Digger Leon Morin was geht Leon ich war lange nicht mehr also wir in der Woche nicht auf Twitch live wie du redest Digger wie ich rede dass ich Leon gegrüßt habe ey tut mir leid Digger im Motto ich beleidige Leon noch heute achso ey Leon du dummer Kek was schaust du nur alle 20 Jahre vorbei Junge Burensohn genau du werd blocks einmal getreten er hat's geliebt danke für deinen 13 auf jeden Fall ach sicher ich mach jetzt mal AC an auf Gommel mir reicht es keinen Bock zu klicken morin Querscha du Goat was geht heute habe ich mal keinen Bock zu klicken Digger du bist ein Opfer was denn so heute wird nicht geklickt ja dann lad mich ein du Penis ja sie können ich muss was machen ey ich weiß doch ich lieb dich wie geht's dir Leon was wünschst du mich nicht hallo Grief Digger du hast gerade erst High geschrieben und danach direkt Uwu hallo Grief Digger würdest du mal annehmen ha gut die soweit dir hast Wasser geholt Digger ja hätte ich jetzt auch gesagt starke 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 Worte oder sag ehrlich ja nein du benutzt nicht den Sky Immortal doch klar oh nein welchen Sky Nutzer warum denn nicht Digger moin Kiwi was geht du alter Hamster was geht ah ne Kiwis das hault hier stimmt den mach ich nur außer ich streamen und ich stream nicht mehr bau los würd ich sagen ne bau los Kiwi wie geht's dir dich hab ich ewig nicht mehr gesehen ich zock jetzt mit dem Monkey Pack ich zock auch mit dem Monkey ja ich zock auch mit Immortal ha 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 noch um dein Leben wenn Immortal angeht wenn der Immortal angeht mach recht ich ich liebe das Monkey Pack weil du aussiehst für einer oder warum oh die Schüsse direkt feiert nein hast du die Handcam umgestellt eigentlich nicht eigentlich nur mach Behörden mach Behörden anders aus in der Handcam was zum Fick ist was für eine Arme oder gell das ist der Sword das ist der Bow das ist ja insane boah ich hab radikal alles bekommen Digger ja guten Stream noch man sieht oben den Tisch achso ja keine Ahnung ist irgendwie wieder verrutscht oder so und ich hab keinen Bock meinen Tisch jetzt da oben hinzuziehen jetzt siehst du meinen Tisch oben ein bisschen ich hoffe das stört dich ich bin oder bodenlose Action hier oben auf dem Dach so nicht looted mit und mach doch schon bin voll dir mit dir fertig alles Wunderbärchen 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 na einfach kickst Moin no plug you so Sohle Skolle ja auch hier wieder Wasser und schon mal ich will nicht mehr dieses Spiel aus dem Gold Rüstung Digger war macht's im Ort wieder Facecam Stream oh Bruder das dauert erstmal wer hat das gefragte Kiwi Digger aber ich sag dir ehrlich dein Facecam Stream war schon weh Bruder oder ja ich glaub ich noch umringen in Minecraft also in Minecraft ja ja danke dir mein Bestes für den Stuff kennst du mich noch ne 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 sorry unter dem Namen nicht und da muss mir Namen geben oh oh pass runtergelaufen Digga Mann ich sehe schon zwei Wasser rutschen willst du FL Studio? nö eigentlich nicht oh mein Gott gg Bist du noch alive? ja ja so er hat'n hey Crackzack hat der 1,20 stream Bruder irgendwann woher das fahr'n radikal knapp alles gut alles gut sagt er ich geh mal kurz aufs Snap gucken äh aufs Snap ich geh mal kurz aufs Snap der Bräis ist nicht so crazy das sehe ich wir könnten beide zu ihm einfach reinjumeln und auskretten und da habe ich ne Diabost Platte also zwei in der Mitte mittlerweile wie wir in wie wen gibt es auch viele wie wir uns sei ich dir ehrlich er hat mal was aber ich muss über den t-bus zu uns deine gedrückt hat eine feite den anderen typen unten ja ich vielleicht auch niemand ok das unter das unter das unter die feiten die beiden da oben die beiden da oben die können nichts man die haben natürlich zum kind was was für behindert jung ich bin richtig gut drauf ich sag dir ehrlich die können nicht du bist auch teil du bist auch der behinderten einer er hat noch weg drei aber ja hilfe ich habe schon so mein gott hinter mir seitlich oben und der zweite macht auch noch grad irgendwie kann ja der andere ist mit der herge jump wie verrückter digga ich weiß nicht der hat mir auf einmal meines lebens gegeben er ist auch unter gesprungen und ich habe jetzt habe ich nicht gerecht ist nicht was ihr dann abgeht ich bin ja irgendwie so zwei jahre ein bisschen aktiv bei der frisch ja da gibt es immer so dinge keine ahnung ich kann mich jeden merken so ich habe keinen sponge ich meine weil dein sound ist auch gut oder wenn ich ja aber dafür brauchst du kein ff studio recht auch vernünftiges mikrofon ach man wirklich er wächst mich von der seite an wie so ein nutten bengel alter wirklich warum bin ich ihn aber auch so weit geflogen gerade ich bin halt wirklich so vier fünf blöcke geflogen bastard er will also klemmt halt einfach also ja das haben ja aber ist unfähig der ist unfähig der ist unfähig wo ist der andere unter dir ja versuchte ich jetzt noch mal zu klemmen ja das schafft er glaube ich nicht mehr lassen da ist eine kleine line da unten ja warte ist doch gleich ist doch gleich mit ex rein ist jetzt blöcke über dir einfach dann kommt er nicht an ja ich würde über die einfach ein paar blöcke setzen der flutet dich nämlich deswegen ja als ob das ist das ist das ist immer noch ich weiß das ist aber dass das leute ja bruder aber wenn du nichts kannst warum solltest du nicht fühlen man sieht es hier gerade first hand noch der erste brille alles gut man hat sich eine quelle aufgebaut ich kriege water damage ich kriege water damage ja deswegen habe ich gesagt bau doch vierer vier blöcke hast du keine picke nein hast du ein sponge nein ja dann geh dann geh doch erstmal da raus der flutet dich dann selbst zur tode der flutet dich dann selbst zur tode ja alles gut da unten ist genug platz bau dich einfach ein bisschen raus und dann bau über dir zu ja da ist so ein april neben mir digga ja der flutet halt auf ernst das ist halt das größte problem gehen eine eindachwelle wenn man keine 1er quellen mehr digga oh ja der eine stone hua ja der macht den 1er quellen weg digga der ist auch ein hardcore opfer hua hua moin schi was geht ist das texture pack von wichtiger das texture pack ist der legend 27 aber er auch wichtig erstmal verwendet hat ja der stomp der stomp stomp ja gg pacey du bist scheiße hab's fast gesagt gerade digga ja bruder er sitzt aber auch den ganzen tag vor seinem rechner und spielt minecraft was erwartest du oh labyrinth crazy ah ne labi spielen wir nicht labis kacke lief nein ey digga man was ist das digga ich drück aufs schild aufs volle schild digga ich jump wieder in dings rein oh was geht was geht passete mein süßer was geht was geht was geht ja jetzt kommt da so ein fluffiges shi an digga mit so einem duolingus genutzt ey ne ich hab gestern gegen shi oder so oder war es gestern oder vorgestern ich weiß nicht hab ich gegen shi gefightet ein paar runden da hab ich nämlich so tik tok streaming getestet das war anders wo es war anders wild gegen shi zu fighten ich sag's euch ehrlich shi ist ganz lustig hey gehaltes 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 was geht also digga was ich mir wieder in den chat haut ne das ist wirklich kriminell alter wirklich ja seid recht ich hoffe ich hoffe der guckt mit dem spiegel an digga und denkt sich was für ein Hurensohn bin ich bruder nämlich auch also ich würde sagen ich würde niemals ski beleidigen diggi ski ist ein süßer sei ehrlich du guckst den ski an du guckst den ski an aber du findest ihn süß ja wie sieht denn aus digga digga er ist der süßer er ist süßer guck ihn dir einfach an wann frottest du ihn ich bin ein süßer wer ist denn da der bre der wieder mal lange nicht da war solange ich gestimmt hat aber ich glaube ich muss auch wieder mal ein paar games wechseln aber ich weiß halt nicht ich hab paar gangs ja paar gangs die gangs müssen gewechselt werden Jungs du weißt wie ich aussehe nein ja doch der hat doch das foto reingesendet du keck in die gruppe ach der türke ja er ist kurde oh mein gott digga wieso wo hey digga ein kebber please alter digga du wusstest das nicht schießkode du hast vergessen digga du wirst du saust digga ey 1 kebab bitte digga er hat sogar noch ganz stolz erzählt jetzt weißt du wie ich aussehe 1 kebab bitte mehr sag ich dazu nicht ey danke für deinen 1 cent bruder ich 100 sogar Leon du machst mich reich ich hab 1 bit verstanden oh mein gott Leon da kommst du mir der Bre anders bin ich du Affe ach so das bist du ja ok ich hab nur so ne Fettsau gesehen was kann ich denn dafür ey Leon Bruder danke fürs reich machen Bruder 100 Bits Jungs haut mal alle ein dickes Herz raus in den Chat haut mal alle Gini in die Fresse ein dickes Pipo hat hau mal hier ne crafting mensch auf den Boden bitte ich glaubte gar nicht ja ich auch ja ich auch ja das kommt immer böse sag ich dir auch immer solche was sag ich glaub sogar noch vier weitere boah digga das ist das ist die herr geil nur ne steinschwörter gar nicht wie ne steinzeit ja warte kurz je ich weiß ich tag dich gleich einer von der side of life da ich hab die ja gut für dich wenn du her kommst alles wunderbar aber dass die Wurzeln ja 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 dass ich nur nicht töten mein Süßer ähm wie mailen wir das wie mailen wir das oder wie mailen wir das Bruder we made it brief come on you ja Pipo Herz ja das hat sich Bro aber man muss auch bisschen Bruder ja hä was soll ich sagen so gut ist gut ich finde ich finde ich finde mein Sprung ist gut gealter ich finde der kam gut dickes Herz für Leon wenn es zerlegt die Kohle nicht will dann bekommst du die halt Bruder ich küsse auch dein Herz für jeden sofort der arme Student küsst immer dein Herz aber du musst mir kein Geld geben so ich weiß nicht irgendwie Leute die so richtig hart nach donations betteln und so okay Bruder das ist halt so keine Ahnung krank typisch Alex bitti 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 gebt mir Geld Uwus ich habe mich selber aufheber bei der Blöcke gespammt hat auf einmal ich will ihn so wem alter wer ist er ja der andere ist Arsch der andere ist Arsch der andere ist Arsch kill den anderen das stimmt definitiv ey ich sag dir ehrlich komm lass doch mal die Dears abfahren ich weiß irgendwie lass mal die Nudeln abmelken bitte was ja genau lass einfach mal lass einfach nochmal richtig schön die Leute auf TikTok ausmelden Jungs bei 100 Zaps ich rasier mir ne Glotze rasier Bart ab bei 100 Zaps ja bitte Bruder bei 100 Zaps ich rasier meinen Vollbart ab mach free ihr bekommt KinCam Bitte nichtige KinCam oh mein Gott perfekt nein mein Lava hast du gesehen wo die gesetzt wurde egal er ist tot ja halt ne Arschlaber gewesen ja Bruder die die gab wirklich nicht gut die oh da ist ein Opfer pass auf oh mein Gott ein Kurde schick ihn in sein Land zurück Ritz vancombe vancombe warte 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 oh thank you for the crown weg da mit Bombenatschlingen kennt der Kurde sich halt aus Bruder ey Minecraft komm Hashi ey pass mal auf pass mal auf da ist ein Kurde Digga er zündet einfach TNT an während er gegen mich fightet das war schon ein bisschen böse was ich oh hey war im Web drin ich gebe das ist noch ein anderer der fliegt und siegt der klick ist ja so geil der klick ist ja so geil ist das fein ey warte ich bin gelieft ich bin gelieft dafür habe ich jetzt dafür habe ich jetzt meine 5 Cent aufgegeben ich habe mein Leap-Hockey gedrückt ich habe mein Leap-Hockey gedrückt aber es sah so geil aus es sah so geil aus hab ich mein Leap-Hockey gedrückt es hätte so geil werden können wo ist denn Dings kommt Dings noch ran kam Dings noch ran ah Quidd-Hockey hat sich hochgepeilt ne es ist Harvest oder wie auch immer der ne ne Harvest in der Mitte ja Quidd Bruder ich sag's dir ehrlich ey lässt das sein Milch ins Wasser aber ich kann nicht viel machen äh wie maiken wir das? wie maiken wir das? boah ich hab einfach nicht jampen da hab ich die gewonnen Digga ich hab ein Faxi wie geht's nicht jampen egal aber wenn Harvest in der Tag von der Side of Life dann habe ich gute Chancen in der ich UGH klatsche und das macht das macht das macht das Oh Bruder klatsch den Kurden wo ist der Kurde? da unten aber was ist das für ein Play? Lava! Ich hab keinen Lava! Nein! UGH ist etwas lost weil der geht all in irgendwie ich hab keine Ahnung was da los war Wann kommt die NPC Screams? ich komm jetzt und hunte dich scheiße Digga da hab ich ja ein echtes Problem schwimm schneller ich schwimm doch schon man Leichtathletik dann haben wir noch eine zweite Insel an Loot Digga let's go äh doch ich hab Lava tatsächlich hier wo wir hier essen hin der Kurde pass auf der Kurde der Kurde oh mein Gott Digi er hat mir einfach Schelle gegeben hast du gesehen? Danke für die Rose Danke für die Rose Danke für die Rose Harvesta geh rein da Ach du Scheiße Digga JOINK ich fliegt ich bin zu Harvesta den Tesla runter geflogen und ich werd gefickt auf sieben Sprachen wurde ich grad in den Arsch gefickt ich möcht's anmelden Mann ich hätt nicht Jump Rennen easy gewonnen Digga meine besten Brüder Digga Aua Aua Oh Mann Harvesta hat uns hat mir so den Arsch gerettet und ich war Kacks jetzt sind wir hier im Zoo oder was was zum Löffel Ey Digga das ist einfach Alter schießt Heimat Oh die abkenn ich doch die Mitte zumindest oh fuck ich bin tot Ey Digga das ist Africa of Wish das war doch ne das war Savanna die war mal größer ja die hat mal so ein Mittelring gehabt aber ich bin tot übrigens ja und die war auch mal 16 irgendwas ja ich bin tot also achso achso das kommt immer böse sag ich dir mal ehrlich ups ja wie mach ich das jetzt ne oder hat man eigentlich wieder mein Dings gehört wie mein Mikro abkennst Du hast es geklippt wie du wieder auf dein Mikro geschlagen hast ja aus Versehen weil man meine Mauskiss aktiviert hat Leute falls euch das Jurybees gefällt könnt ihr auf die drei Punkte drücken und einen G.H. Daumen hoch oben da lasst du noch nicht Das hab ich wirklich gehört Good made Kappa Ja easy Isa wird gewartet GG Tschüss Ich glaub Isa hatte noch nicht ein Time Out auf diesem Kanal ne Wirst du die Stücke unterbrechen? Das checken wir doch die hat ein Time Out und ein Bando von mir? Kassi hat die mal getimeoutet und du hast die mal gebannt Herma Für wie lange? Keine Ahnung Ich hoffe ne angemessene Zeit Das war 2021 Ich denke an da hab ich jeden Perman gebannt der mir auf die Eier ging Da war ich doch so dummer Hu Merz 2021 Nenn mir eine berühmte so äh Person für ein Edit Boah Berühmte Person? Gomme HD Ich hätte jetzt den Österreicher gesagt da Nein nein Also grieft halt Ja grieft kennt doch keine Sau Gomme HD Bruder Das ist das ist der Mann Der Mann Der Künstler aus Österreich Ja Ach ihr seid auch hängen geblieben Junge Gomme HD ist der geilste Der ist grad live mit Fortnite Games Basti GHG Basti GHG Noch besser Basti GHG Heute gehen wir bis in GHCraften Oh Harvesta kauft dir doch einen Tesla Mann Was ist denn da los? Unter dir unter dir unter dir unter dir Hä der macht der Der ist bisschen Ja der eine ist in April Schatz und der andere ist auch Riesenopfer unter dir pass auf unter dir Riesenopfer 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 Ok wer hinter dir Von allen Seiten Der April Scherz Die kommt die kommt die kommt Die kommt nicht die kommt nicht die kommt nicht die kommt nicht Mann ich bin dead Oh mein Gott Digga der scheiß April Scherz April Scherz Digga nein Nein Ich wurde gegietet Ich sehe kein Gegner Wie hoch du die EP wirst? Ja ich wollte dass sie ankommt Aber das war ein bisschen zu Dings Moin Ali Mavi Falls euch das Team übrigens gefällt Leute Ihr könnt auf die drei Punkte bei YouTube Shorts drücken Und dann einen Daumen nach oben da lassen Oder ihr könnt es sein lassen Oder lass doch ein Follower auf Twitch da Twitch.tv-xwix Da bin ich auch leid Man ist voll im Angel Platz 1 Mann Digga Digga den habe ich letztens noch getötet Das kann nicht sein Ja boost got mit 35er KD auch Ah du kannst generell so schön KD boosten im Moment Das ist einfach krass Moin Werther was geht Oh ne Handtut voll geht Digga vom Schlagen Das ist normal Marcel wie geht's dir du geile Sau Oh die Map alter Die ist auf Jim richtig geil Ich habe zwar eben schon gesehen wie du Immortal gefrontet hast Aber das habe ich mal ignoriert Einfach auf entspannt es mich interessiert wie es dir geht Das wer? Er hat geschrieben was ein guter Mail das runtergelaufen ist Herr Soluisa Twitch warum hast du dich nicht für die Rose bitte an die ich dir gegeben habe auf Facebook Das haben beide geschrieben Digga Marcel weggeband gleich Du hast mir ne Rose gegeben Alter grieft Grieft gibt mir Rosen Oh grieft ich weiß nicht was ich damit anfangen soll Bruder Alter 27 Rosen Bruder Ich küsse deinen Arsch Digga Junge Ich hab das die ganze Zeit nicht gesehen Gibt's da für Alerts? Zeig dir Liebe an Alter grieft schenkt mir Rosen Bruder Noch eine Rose und ich rasiere mir die Eier Aber nicht onsteam euch Ja mit mir und Facetime Mit Immortal und Facetime schneide ich mir die Eier Schneiden? Ruhe hast du dich beim Rasieren Ich schwöre wenn du einmal unvorsichtig bist Digga Aua Du weinst Ne ich rasiere viel zu auf So schwer ist das nicht Du hast halt ein bisschen zu viel Haare Alex du Busch Digga Das stimmt als Buschmann ist es aber auch schwer und hart I grieft dank für die Rose Schwer und hart Digga Er hat einfach Rosen gespendet Irgendwann erwartet er dass ich das seh Das steht da oben aber weißt du Soll ich dir mal zeigen wie das da steht Warte ich zeig dir mal wie das da steht Das 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 sieht Das sieht so komisch aus Ich hab damit 31 Diamanten jetzt mit dir gemacht Bruder Ich weiß nicht wie viel Geld das ist ich Wie viel Geld hast du ausgegeben? Diamanten Ey glaub 80 Cent dafür scheiße Digga danke für deine 80 Cent Digga Die werden wieder reinvestiert in die Tiktok Pushs Diese Werbung dieses Werbungschein Der April ist da der April ist da April April Aber ich hab nicht alles gegiftet aber ich möchte alles zu dir Lass mich den umhauen Oh Ey der wirft die AP nicht mal Das ist der April Der hat geworfen Die kam dann doch nicht Ja aber die hat er richtig spät geworfen Pass auf der crit Oh mein Gott hinter mir Da ist ein Geist Prüfst du Geist Ja der ist geistig da hast du recht Irgendwo ist ein Geist Schau mal May Tantchen cm Alter Marcel танke für dein Herz Bruder Tsch-üs Ich hab kein Wasser Immortal Immortal Wasser 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 Wasser! Wasser! Ich brenne! Wo bist du denn? Hier oben! Nimm dir! Nimm dir! Nimm dir! Nimm dir! Lauf! Du musst Schi töten! Ich hab dir geholfen! Hat er Wasser gehabt, der Schwanz? Pass auf! Pass auf! Pass auf! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Ich kann nicht! Ich hab mich wieder angezündet! Mann, warum? Ich brenne! Ich brenne! I'm burning! I'm burning! Digga, danke für die 39 Rosen, Bruder! Tschüss! Digga, danke für die Rose! Digga, mach... Ein Cowboyhut und ich mach den Cowboy! Jeha! Mach Facecam dann! Das sieht man sich schon! Hau rein, Werther! Hau rein! Mein Ohr, Aua! Ich schlaf schon, wenn du jetzt schlafen gehst! Ich denk mal! Ich hoffe, ich übersteuere nicht zu sehr! Der Airbag! Der wurde so abgeschoben, Digga! Der ist voll, 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 voll! Digga, Marcel hat hier ne Rose gegeben! Digga, danke für die Rose, Bruder! Das ist ein Tiktok-Klo! Das ist ein Tiktok-Klo! Digga! Danke für dein... Alles, komm, 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 komm! Ich hab kein Wasser immer noch! Mir scheißegal, Digga! Okay, Digga! Ja, du musst mal einmal hochgehen! Mann, du Bastards! Jeet! Ich bin oben! Ich nicht! Ich hab aber nix mehr! Tantchen, komm in meine Arme! Ich umarme dich ganz nett! Auf süße Füße, Digga! Vertrau mir! Sie ist im Trigger Diego Clan, das heißt nichts Gutes! Oh! Oh! Ich hab keine Ahnung, wer der Trigger Diego ist! Äh, ich bin hier! Irgend so ein Typ! Das ist green! Und läuft Marathon in Skywars! Ja! Haha! Junge! Danke für die Rose, Jungs! Danke für die Rose, nochmal Marcel! Danke für die Rose! Ich kam nicht drauf klar! Das hört sich so scheiße an! Danke für die Rose! Wie fühlen sich Leute, die sich die ganze Zeit für Rosen bedanken? Danke für die Rose! Ey, ey, ey! Check das aus! Doppel Peace für die Rose, Jungs! Danke für die Rose! Tschüsch! Da mach ich sogar Peace, Digga! Du stehst hier 80 Cent! Und du kriegst vielleicht 5 Cent davon! Nein! Ich hab 73 Diamanten eingesammelt! Alter! Neu ich? Irgendwas kann mit in die Rose! Alter, Lisa! Danke für die Rose! Ich hab zuerst gedacht, dass du das geschrieben hast! Ich hab nämlich nichts bei TikTok eingerichtet mit, äh, man kann irgendwas spenden, weißt du? Und du auf einmal donatest Rosen! Und es funktioniert! Ich kann das nicht mehr! Junge! Was hast du denn mit, Digga? Ich würd gern ein bisschen Tee-Puls, Mann! Ey, der Kohle klappt mir alles! Bruder! Lass ihn doch! Der hat nicht viel! Mann! Ich hab 3 Gear Chests! Wirklich! Hast du nicht meine Line gehört? Schieb ihn ab! Nein, Bruder! Nein, 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 nein! Was? Was mache ich? Nein! Das war ne Lüge, Digga! Hey, wieso? Was abschieben? Kommt drauf an! Was willst du denn abschieben? Keine Menschen! Äh, ich will exportieren! Siehst du? Siehst du, du möchtest einfach nur deinen Anteil an mich abschieben! Das ist was anderes! An dir, Brustplatten, weißt du? Ja, freie Meinungsfreiheit! Rein theoretisch, ja, aber TikTok sieht das nicht so! Das ist meine Map, die hab ich gebaut, aber das ist auch eine von den Maps, die irgendwie noch irgendwas taugen! Es ist leider einfach so, Marcel! Das ist eine von den Maps! Aber was mich wüsste, Tilted, keine Dias! Also wenn Marcel die gebaut ist, Digga, die ist echt arsch, Digga, fick dich mal! Wie du HATEST, Digga! Digga, Marcel ist mein Rosenlöwe, Bruder! Wieso machst du dich? Digga, danke für deinen GG und für dein Feuerherz und für die zwei Rosen! Tschüss! Feuerherz! Feuerherz! Feuer! Für deine Feuerherz! Eine Feuerherz! Hast du ein dir? Bro, ich hab einmal die Dias misscrafted! Aber ich hab drei P's! Hier! Zwei P's für dich! Dann machen wir mal so viel der TikTok-Follower! Weißer! TikTok-Follower? Ja, weil ich da immer die Clips so ein Dings auch auflade! Ich mach nur kurz mit dem Schwert, Alex! Mach nur kurz den ruhigen! Deswegen! Ey! Pastete! Lass dich mal klippen für ein neues TikTok, Bruder! Ich brauch noch nen Obby-Töp! Chef! Alter! Nie geborenes! Mein Lieblings beigetreten! Nie geborene als Haus! Du geile Sau! Wie geht's dir? Dass man das sieht, ist ein bisschen unangenehm! Nein, doch so nen Quarzblöcke, Digga! Ist irgendwie... Ich hab Tess gedacht, das sind Schneebälle, aber das ist verrückter! Ich hab doch gesagt, Digga! Das ist ein verrückter! Das sind auch Quarzblöcke, Mann! Da! Hat sie! Kami gerodded! Ach, ne Goldhose, Digga! Shine bright, lege nebenbeuchte! Ah, hier! Digga! Hier! Nimm mal hier die Chestplate, Digga! Achso, danke, ja! Ey, pass auf! Joink! Und zurück, 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 zurück! Oh, fuck, Digga! Support the Creator! Oh, nein, nein, nein! Was machst du? Ich bin ja live! Komm zurück, komm zurück, komm zurück! Ich hab' genockt, Digga! Komm doch zurück, Digga! Ich hab' noch... Achso, das ist Chris! Mann, der Code, Digga! Der Code, der Code, der Code ist leider! Der Code ist leider! Ah, doch nicht! Auf, Code ist leider! Hab' man keine Musik bei dir im Stream oder? Nie geboren, der hat den live ein Like gegeben! Oh, ich küsse sein Herz nie geboren! Das, was das alles sieht, ist ein bisschen komisch! Ey! Du Code, hast du ein Dir für mich? Warte, wie die du rast! Ey, mach den, Digga! Guck mal, wir machen so Friedens-Digga! Er ist untergenockt, untergenockt! Kriss alleine! Okay, rein, nein, nein, nein! Ja, warte, warte, warte! Du musst ein bisschen... Freust dich, weil... Pass auf, das blieb! Scheiß auf, das blieb! Der ist scheiße! Hinter ihm? Wer ist da? Zurück ins Land mit dir? Ah, du hast kein Land? Sorry! ich habe es doch nicht sind auf tütsch egal wo wir sind hey ich dachte bis oben nein ich bin also so halb im auto wird er hast du wasser oder so für mich zufällig wenn ja dann setzt mal hier ein bisschen ach so setzen ich danke okay die ganzen gegen würde mit zwei jetzt schaden pro hit gemacht zwei herzen pro schade was okay die fetter hole ich mir die fetter da oben schrubt mir nicht weg ich konnte keine platz und okay der eine sound du fettes rind dinge danke für dein abo auf youtube paul sagt paul salato bruder paul salato ich küsse morgen martin test totmüde trotzdem youtube short streams gucken youtube short sind sie gut aber noch besser sind die wenn du sie auf tütsch guck mal du es kommt was geht paul salato ja mann mahlzeit bruder paul salato der gab es hat ehrlich wieder damit hat nicht jeder salato das ist echt will dann hab ich das ehrlich die ja warum wird das eigentlich so wie bei tütsch im chat angezeigt vernünftig so wenn man rosen näht sondern da oben so bei tik tok irgendwie das ist so keine ahnung eine rose wenn berühmter mahlzeit sei aber das ist auch nicht was schritte kunde bruder junge dem hast du ein bisschen respekt nicht eingehaut haben die hier einfach eismann verkleinert oder ich hab wohl die ja 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 haben die aber war das ich meine es ist wie so eine ähnliche aufgebaute markt gibt es gibt es schon so eine ähnliche aufgebracht aber nicht immer ich habe die ja gut für dich aber das ist auch normale größe ane das noch mal äh ich brauche keinen piers du brauchst hier ein bisschen ein dia chess play vielleicht nicht nur vielleicht bruder cats hate nazis was der name im mc chat ich habe es verstanden was ja bruder hab ich auch gedacht warte fack was laberer war was du hast du gerade x krex rentner ich habe das achievement bekommen das ich in der rote gekraftet habe insane genau erst mal darauf ein paar rosen donaten das habe ich schon viel zu auf dem hast du was für mich vielleicht wasser ich bin ein bisschen afrikanisch ein bisschen und ihr ja ich habe nichts irgendwie eine wasserkette also ich habe hier schon für dich auf das war es auch ich habe schon voll der jungs kann jemand wasser spendieren vielleicht aus der runde hier oder mir auch ja jetzt habe ich kein wasser also also was mache ich jetzt warte 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 oder kurde warte 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 hast du er konntet mich oh mein gott Ich hab keinen Whips mehr. Oh! So, jetzt holen wir den. Komm, den schnerben wir uns. Äh, pass auf! Der hat sich selber in den Knack geragt. Dauern, Digga! Was auf? Wir haben kein Wasser, wie gesagt! Okay! Immo! Hast du noch Wasser? Ah, ich bin geflogen! Oh, ich schwimme, ich schwimme! Klemm, 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 ich hole ihn! Der Kohle wurde so getreten. Er ist geklemmt, er ist geklemmt! Der sieht aus, hätte der ne Enderperle! Nein, nein, nein! Oder? Doch, 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 der sieht so aus! Fuck, Digga! Eki noch mal! Ja, der, 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 der! Ja, der fliegt! Der ist geheitet! Komm, die, kam, die, kam, die! Scheiße, Digga! Ja, ein Abo! Ey, danke für deinen Follow-Coach, Klinos! Digga, bei mir wird doch so klein angezeigt, weil ich so viele Sachen offen hab! Moin, Kevin, Roger, was geht? Mann, ich hasse es, UNO-Webs zu spielen, Digga! Ich schwimme! Ach so, du schien! Oh mein Gott! Hab wie gegabt, Digga! Hatte 5 Gabs und 5 Fotos, GG! Okay! Jungs, schaut übrigens auch auf Twitch vorbei! Twitch.tv slash xfix! Ich sende ihn... Denke ich einmal mal in den Chat und lasst ein Follow da, damit ihr nicht verpasst! Auf Süßifüßi! Immer wichtig! Ja, Jungs! Auf TikTok darf ich das nicht reinsenden, aber... Digga, wirklich, hör auf mich zu MSG'n, Junge! Wann anfassen! Oh, Labyrinth! Fuck, Digga! Warum ist die Map eigentlich immer im Map-Pool? Weißt du, das geht mir halt auf die Eier, dass sie immer im Map-Pool ist! Kann sie nicht mal raus sein! Ja, so wie der Kurde hier auch, der muss auch mal raus! Spaß, 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 Spaß! Ja, an die frische Luft meintest du doch nur! Ja, ja! Mann, ich muss auch auf mit diesen scheiß Witzen, Digga! Digga, echt? Wir sind auf Twitch, Bruder! Du weißt, wie die stehen! Aber das Ding ist halt... Das Ding ist halt, Schi macht selber solche gottlosen Witze mit! Der findet das halt nicht mal schlimm! Aber Schi ist auch ne geile Sau! Ich weiß nicht! So, eben muss hier safe wieder ein... Menschlich gesehen, Schi ist einer der korrektesten Menschen, der auf alle Art von Humor aufspringt! Also, das ist halt... Menschlich gesehen sagt kein Mensch, sondern Kurde! So, jetzt haben wir es erstmal! Oh, warte... Ist ja nichts Schlimmes, ne? Genauso wie ich deutsch bin, ist ja Kurde! Digga, ich joik den dummen Wichser und da kommt da um die Ecke irgend so ne Fettsau! Oh mein Gott, ich hänge! Ich komme! Ich, Baby, ich komme! Ich komme! Ja, ich bin der Ding! Ich komme! Ich komme! Nein! Hä? Bist du blind, Alex? Nein, ich bin nicht blind! Ich bin geistig! Ich bin doch nicht geistig! Weißt du, geistig im Sinne von... Ich bin ein Geistiger, weißt du? Ich bin Gott! Gesegnet! Fürs Beten! Was machst du da? Ich sterbe! Was ist das? Wirklich, ich bin auf zwei Herzen! Ich hätte früher Polen müssen, Digga! Ja! Ermutige deine Live-Zuschauer, dein Live zu teilen! Ja, gerne! Warte, würdest du lieber krank sein oder Rick treffen? Welchen Rick ist die Frage? Ah, Rick Roll! Meinst du Rick? Ja, Bruder! Ich glaube, da bin ich lieber krank! Ist doch so schon krank, Digga! Okay! Das ist die Typ! Du Sau! Ich fass dich an! Du bist so geil! Kitchy! Digga! Der schreibt hier die ganze Zeit so was! Ja! Wurde gekickt? Wurde gekickt? Ja, ja! Mach mal! Ja, ja! Luis, wo bist du eigentlich? Auf Youtube oder auf Twitch? Hä? Auf Twitch bist du... Digga, hast du irgendwie... Bist du dumm? Der hat uns Chat geschrieben! Ah, Luis! Sag doch! Wurde auch am Ziel kommen, der will call! Twitch! Achso, ja! Ich seh doch nicht im... Bruder! Nein! Er lief Digga mit tot! Bin wieder dabei, come back Leon! Ein halber Block, Digga! Es war ein halber Block! Bin genau auf diese Kante, Digga! Dann war ich noch kurz im Block gewachsen und dann bin ich runtergefallen! Ja, wäre Zufall, ich bin wieder mit euch in der Runde! Oh, Digga! Ich wollte mal was noch aufmachen, da muss ich ja schon pöllen! Da fliegt der Pölle! Da fliegt der Pölle! Da fliegt der Pölle! Der Clip ist legendär! Ah, ich glaube ich bin... Also, der Sky aus dem ist der Clip legendär! Da fliegt der Pölle! Da fliegt der Pölle! Da fliegt der Pölle! Aber drückt den Knopf, ist auch geil! Drück den goldenen Buzzer! Domi, kennst du den Clip nicht? Ja doch! Wo Walken ins Finale gebuzzert wurde! Mit dem goldenen Buzzer! Was laberst du, Digga? Kennst du's? Hä? Drück den Knopf, da wurde Walken getimeoutet! Ja! Ja! Was für goldenen Buzzer, Digga! Ja, die haben danach noch gesagt, der goldene Buzzer ins Finale! Ja, ich hab nur diesen komischen Twitter-Clip gesehen, da und ein paar andere... Ja! Ich war live dabei, Bruder! Ich war sogar... Ich weiß nicht, ob ich ein Call war! Ich glaub... Ich war... Ich fand das nicht so cool! Digga, der wurde so... Der arme... Der wurde... Der arme! Der wurde so... Digga! Nee, er hat einfach das Turnier... Er hat einfach das Turnier nicht gewonnen, weil er halt einfach getimed wurde! Wortwörtlich! Der wurde so ins Jenseits geschickt, Junge! Aber Walken findet das selber lustig! Der macht da auch selber Memes, ne? Das hat auch gut geklappt irgendwie, Digga! Der war halt direkt weg! Ja, aber dafür ist Walken aber auch eine Legende geworden irgendwie, weißt du? Digga, ist da wirklich so dumm der Clip, Mann! Habt ihr den Knopf gedrückt? Habt ihr den Knopf gedrückt? Digga, die beiden generell, die waren schon verrückt damals, ne? Und da war er weg! Das muss man auch einfach sagen, Junge! Die waren verrückt, respektlos und keine Ahnung, was die alles gemacht haben! Die waren wirklich böse! Jo, UGH! Hol ihn! Ich bin Arsch! Ich hab' nicht mal Zort! Ne, warte, warte, warte! Wir beten uns ein paar Rosen! Ich hab' doch die 100 Rosen, damit ich reich würde! Ich hab' was! Moins, Slayer Boy! Was geht? Wir können das den holen! Wie schaut's aus, Immo? Äh, hast du Dias? Von Dias Schwert oder so? Oder Schuhe generell? Also ich bin grad in der Mitte! Ja, passt! Ich bin gleich da! Aber hast du Schuhe? Drop mal Schuhe, irgendwie! Ja, ich hab' erstmal eingetötet, ne? Oh, warte mal kurz! Also Schuhe hab' ich nicht tatsächlich! Ups! Oh, UGH! UGH! UGH, um hilf zu deinem Team! Rauf, 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 rauf! Keiner Leiden! Ich hole mir hilf! Der hat das Holz in der Kit! UGH so hart! Ich hab' grieft! Doch nicht! Der trifft kein einziger Rotz! Wie schlecht ist der? Tschüss, Junge! Ich hab' grieft! Was hab' ich? Ich hab' kein Sword! Ich hatte keine Rotz, keine Zwecken! Du hattest aber Holzfäller, oder? Irgendein Drecks-Kit hattest du! Oh, meiner hattest du! Moin, Laura! Was geht's? Ich hab' UGH hart! Ich gibt's ja auch noch! Laura, dich sieht mal zehn Jahre nicht... Warum seht deine Hände so goofy aus? Beko, warum frontest du meine Hände? Wer gibt dir das Recht, meine Hände als goofy zu bezeichnen? Ich find' die ziemlich geil! Junge, guck's meine Hände an, die sind geiler! Ich hab's da ziemlich große Handflächen, aber... Ich würd' mich selber smashen! Oder ich hab' UGH so weggesch... Grüße aus dem Maidress! Boah! Doch! Doch! Ja, ich seh auch ein Anwalt! Ey! Ich kenn' noch jemanden im Call, der immer Maidress anhat! Ja, der heißt Brief! Nein! Nee, 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 nee! Warte, red' dich nicht raus! Red' dich nicht raus! Geschäfts-Quicks! Genauso, Dragon! Ey, Dragon! Ich hab' schon Rosen gesammelt auf TikTok! Ich mach, ich weiß schon, ich mach' bald das... Ich mach' bald das Paral! Oh, Dragon Target! Oh! Oh, ja, Dragon! TikTok-Star! Nee, ich wusste nicht mal, dass es geht! Auf einmal grieft, schreibt Danke für die Rose! Und donated mir ne Rose! Der TTS! Alter, Dinger! Ich hab' nen Cent oder so Plus gemacht! Hey, Martel, du bist schon so straight, oder? Willst du pick at... Isalinchen? Alter! Guck' mal! Sie bekommt... Sie bekommt das... Sie kommt... Bekommt das Maid-Outfit! Aber Laura, weißt du, was man immer zu Frauen sagt? Unter 500 Kilo, kein Talk! Sag' ich immer! Junge, diesmal mit Tank-Equip, ich hab' so gut sich... Der Mikro ist wieder arschleise! Ach, Mann! Nein? Achso... Nein, nein, ich muss! Junge, Immo-Scout24! Vernünftig, oder? Seid ehrlich, seid ehrlich, seid ehrlich! Ich bin schon ein Mann mit Standing, oder? Ich bin runtergefallen. Waren wir lieben? Nee! Doch! Ist mein Mikro wieder normal? Ob mein Mikro normal ist! Alter, Dragon! Du hast ein Foto von meiner Körperform eingesendet! Ist mein Mikro normal? Nur weil ich... Siehst du, Laura? Ey, seid ihr übrigens alle schon aufm DC? Außer ein DC-Jungs! Oh, Mädels! Dein Mikro ist immer leise wie Arsch! Hallo? Jetzt? Jetzt ist es wieder okay! Jetzt? 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 Ja! Discord... Rechtsklick... 200... Achso, du... Das ist der Screenshot! Hey! Ich muss noch Werbung von meinem Discord machen! Joint alle aufm Kryx Discord! Dann könnt ihr mit so coolen Leuten, die mir abhängen... Du bist nicht mehr auf meinem Discord, man! Du bist gelieft! Ah, scheiße! Kannst du mir in White? Oh, ist das! Oh, ist das! Oh, ist das! Mach doch was für ein DC einfach! Irgendwie bin zu faul! Schick mir in White! Nie geborene ist Back! Nie geborene! Wie geht's dir? Oh, mein Gott! Ich hoffe, sie antwortet! Oh, mein Gott! Oder sie kommt auf Twitch vielleicht rüber! Nie geborene ist eine Legende! Ich sag's dir ehrlich! Nie geborene ist eine Legende! Hallo, meine Free You Slut! Ich freue mich schon, wenn du mich anfällst! Hat das... Hat... Hat das Ski geschrieben? Ja! Wieso seid ihr hinter mir sowas nicht? Ich werd ja ganz wuschig! Wuschig! Das ist nicht crazy! Er meinte ist Free You Slut! Also, Bro! Mir geht's wunderbar! Und dir? Ich hab dich vermisst, Alexandra! Aber... Mir geht's auch wunderbar! Ey, ey! Ey, ey! Dragon! Rate, was ich nicht bestanden hab! Beides! Beide Themen! Ich bin beide durchgeratert! 1,45 Punkte erreicht, Digga! Hab ich mir auch gedacht! WTF! Und beim anderen war es halt irgendwie echt nur so ein Punkt oder so! 5,45 Punkte! Digga, das war echt der Schmerz meines Lebens, ne? Aber weißt du, ich kann diesen Bruder jetzt nicht mehr unter die Augen treten, ne? Weißt du, der schreibt so, ja, an sich richtig! Aber war nicht die Aufgabe! Und ich so, wie war nicht die Aufgabe? Aber steht da doch so! Hab ich schon ein bisschen geweint danach, ne? Ich spiele Skywars! Naja, ich sag immer, einmal ist keinmal, beim nächsten Mal wird's abgeholt! Hast du zwei Diers? Äh, ja! Aber bitte komm dieser nicht bei der ersten Berührung, das lebt viel zu kurz! Ey, da ist ein Geist! Der ist hier! Oh, hier links! Oh! Ein Hit noch! 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 Ja, da, 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 da! Ja, voll, voll, voll! Die kommt! Die kann nicht! Oh, hey, Digga! Runtergelaufen jetzt, ne? Digger, ich hör nur so, ich hör nur so wie die Pott getrunken wird neben uns, Junge! Oh, pass auf, dass du kurz nicht! Kill den, kill den, kill den! Okay, okay, komm! Ich komm über die Berge! Down! So, One Hit, Kill, Digga! Digga, der arme Bruder hat sich so weggenommen! ich stand da die ganze Zeit ein Block neben dir ja als wenn ich auf der Job 2 gemacht der Job 2 gemacht ich hab auch 1 gemacht jetzt ich hab kein Tool ist kein Axt, kein Package was ist das denn gleich? ein Bilder achso das ist der Einladungslink zum Discord, crazy was meinst du was das sonst für ein Ding ist? weiß nicht vielleicht so IP-Grabber? achso da steht Discord Digga, fett bestimmt nenn mich aber wohl wär nicht mehr so dumm, kannst ja gut ficken oh oh der ist frei, der ist frei, der ist frei hier ja komm komm, geh weg da nein, chill oh ich sag dreimal, geh weg da du bist fast runtergejagt da musst du Digga, komplett safe komplett safe ja, geh runter ich bin runtergefallen ich bin runtergefallen ich bin runtergefallen ich bin runtergefallen ach man wo bist du gesehen oh mein gott mein gott ich habe ihn so weit weggenommen Digga stabil, stabile Leistung stabil, leistung hei, s afk oh mein gott bruder haben wir das gut ausgespielt Warte mal kurz mal hier Colin Moin Java, was geht? Ah ne, die Hand von jedem Minecraft-Speed-Bildscher in Java Ich hab Java erstmal gelesen, Digga, als dein Name, Bruder Moin I read, was geht? Aber ich sag dir ehrlich Ich sag dir ehrlich, das ist wichtig, Bruder Ich sag dir ehrlich, das ist wichtig Denn du musst auch immer flink unterwegs sein Sonst wird das nichts Bin ausgetappt, ja, das hat man gemerkt Ach nein Der Kinderschönner ist in der Runde dran, pass auf Der Kind Der UGH Ja Hä, wieso, ich dachte, du bist Rob Was? Der Red Hatte Wieso fühlt ihr das nicht? Ich hab mal jetzt Ah, Digga, liegt nicht Okay, sorry UGH Digga, ausrufe seinen Colt, du dummer Wichser, Immortal Was denn, Digga? Ich fühl jetzt kurz meinen kleinen Fettsack hinzu Ja Na, du kleines Wasserschweinchen Willst du mal deinen Skin zeigen? Aber du liebst Wasserschweine, ne? Ja, Capibara Bruder, ne? Ich bleib da, weil das ist zu lustig mit TikTok Danke für die Rose Machst du TikTok-Stream noch nebenbei? Ja, ja, ja Kannst du liken, Bruder? Oh, ich komm dich rein Hab zwölf Kills Insgesamt all-time, oder? Das ist keine starke Leistung Digga, das ist Tantchen So Er mordet die geile Sau und Grief die noch geilerere Sau Was mit Louis Cock? Louis Cock ist auch noch da Aber da musst du auch wirklich Cock dazuschreiben Ich bin richtig schlecht geworden Oder big die Louis Ich bin nur in Berlin Weil er hat viele sind Er hat viele Synonyme, ne? Der Bruder Ich hab 24 Kauf-Habs Warte, ich guck kurz, ob ich dir schon für dich hab Ne Ich hab 5 Dias Wie viel Dias hast du? Im Auto, man hört wieder überhaupt nichts zu dir Emo, ich vermiss dich Schade Wo hast du zufällig irgendwie so 2 Dias? Süß Süß Hm? Bruder, ich danke dir Meinen Dann wird's wohl der Helm Dann wird's wohl der Helm Jungs Ich danke dir für die große Hallo Machen wir auch mal so'n NPC-Leistream Na, Immortal, also wir haben sich ganz kurz gehört Wirklich ganz kurz, ne? Dann machen wir so zu dritt Hot Tub-Stream Oh mein Gott Panschen, ne, du kleiner Fisch 1, ne? Alter, über mir stinkt Ey, ich kann nicht mehr Steuerung und Q drücken, um Sachen zu doppen Dann macht er irgendwas Ich spiele wie ein Profi Skywash Genau Hallo? Hallo? Du bist todleise, aber ja, du bist auf Sendung Digga, Kolistan ist beigetreten Digga, Kolistan ist beigetreten Digga, Kolistan Wer ist das da oben? Alltime Kill 273, also verstehe kann ich's auch nicht Ey, Leon, schlaf schön und danke für deine 100 Bits nochmal Ich küsse dein Herz Schönen Abend dir noch Oh Hallo? Mann, Grief, was ist denn los da? Ich küsse die Banken 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 Hallo? Bin ich auf Sendung wieder? Ja, man hört dich aber Dein Mike ist echt Arsch Mann Immorti, du wirst mal, wenn du deinen Fettarsch bewegst Komm, der kann uns nicht beide tanken Komm, bitte her Komm, komm Spring rein, Spinn Tod, 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 Tod Digga, der schluss Migrant von oben killt mich Ja Los, blieb, blieb, blieb Nein, oh mein Gott, nein, Digga, du Schwanzzahler Nein, Bruder, bringt ja nichts Oh, Bruder, Digga, wieso liegt UGH noch? Bin ich wieder auf Sendung? Du bist wie auf Sendung Okay, jetzt bin ich wieder auf Sendung Digga, ich hab ich's mir aber so auf Kritikate fokussiert, ne? Ja, da kam irgend so ein Migrant von oben, der ich weiß nicht, was war Ein süßer war das Ich geh nur so, nicht, oder was du nicht, UGH UGH war es nicht, was du, Digga, da oben Junge, Cam 1, 2 Geiler, Nick Da ist er im Stream Direkter, Geil Ja, sehr gut Das ist es, Git Minecraft, Minecraft, Minecraft Wer ist denn auch alles im Stream, Jungs, oh Mädels, schreibt mal alle rein Schreibt mal vielleicht nicht an die Huren, sondern ja, ja Denated alle eine Rose, wenn er im Stream-Site warst Was für Rose, Bruder Also wenn's Leute Also jetzt mal auf Ernst, ne, dieses, dieses, dieses Leute-Rose-Battle und so ein Scheiß-Nach-Geld-Battle auf TikTok Das ist manchmal so unangenehm, wenn das dann siehst du, dann machen das auch noch Leute mit so Und man denkt sich halt schon so, die, Isarie schreibt unter den Schädner-Rosen Live-Matches Naja, Bruder, so Live-Matches oder so, ich versteh's halt einfach nicht so Okay, bringt Geld, aber ich versteh's halt einfach nicht Wer, wer, wer denkt sich so, oh geil, ich hab jetzt 50 Euro ausgegeben und hab damit Dafür gesagt, dass eine Person reicher ist als die andere Ja, vollidion, Digga So, also, jetzt mal auf Ernst, so, keine Ahnung Dann kannst du das doch eher spenden als irgendeinen Tick Also wenn er jetzt so gute Sketches oder so macht, von mir aus so, keine Ahnung, so, wie, das gibt ne 6 noch nicht Wisst ihr, wisst ihr, wenn er auch so gute Gags macht und du den deswegen hast du Nathan bist, weil der dich unterhält, so, weißt du Okay, Bruder, mach, aber Wenn, wenn, einfach nur, weil, wenn die da um Geld betteln und dann komplett ausrasten und sagen Oh mein Gott, danke für deine 50 Euro Nee, das ist, das ist es einfach nicht, das ist es einfach nicht, das ist doch, kann doch nicht der Lifestyle sein Das ist deren Leben, Bruder, halt Bruder, das ist halt deren Lebensunterhalt, ne Die leben davon Ja, aber, ja, Bruder, wie willst du davon leben? Du willst davon Rosenleben, Digga Ich lebe von Leuten, die Übrigens, Leute, ihr könnt euch auf dem Discord bewerben als neue Moderatoren Ich muss Ludus nämlich nochmal seinen Mod rang abswacken und meine neue Motoren Oh nein, nein Du, da bist Mod, ich tippt, ich mach alles für dich Du bist schon Mod Hä? Nee Mod oder WP hat grieft? Schau mal, was rein geht Ich hatte, ich hatte Atmen Digga, wirklich, wenn Tantje noch einmal geil spielt, ne wirklich, ich schieb die ab, ohne Witz Ich schieb die ab, Digga Ich schieb die ab, Digga Alles gut Äh, das geil ist halt einfach bei Tantchen Das geil ist halt einfach bei Tantchen Sie bewegt sich halt einfach nicht Sie bewegt sich so 0, nix Das ist halt einfach Das ist halt einfach Yo, Digga Yo, Digga, was geht Haust du den Schau denn Nee, Nö, Nö, nee, Nö, ne, ne laufe nicht rein laufe nicht rein, laufe nicht rein. Digga ist eine Spinn, ist eine Spinne Und du leckst, ne? Dole passiert ist schon wieder obwohl du nur rum stehst ne der guckt euch das mal wie ich auf der rum legt der dumme schwanz diga der gespannt habe ich ganz bestimmt nicht er hat sich nach oben gebauten hat spinne er wusste jetzt spinne speed und er leckt hier oben wusste jetzt nach oben erst trotzdem stehende klinge beide hast du irgendwie die pecke ich habe keine pecke ich würde da weg in dem motto die hinsicht meint ich gleich so arsch weil ich alte eine 3 films offen hat oh mein gott hier sind zwei andere wie kann man so scheiße wie ugh sein der das kräftige ich schepper dem ich schepper ihm so die birne weg alter der weiß gar nicht öffnen wohl nur búpbo wohl ist das miejsce für die heute ist gelbwohl sie hätten nehmen Kappel Gärtner nimmt pf ich kann ihn finden ihr bringt so geht Nein. Okay, dann nehme ich Geist. Auf morgen, du Kacher. Junge, die Klausen wohl schreiben. Ja, ich muss halt drei Monaten nachschreiben, Digga, weil ich mal schwänze. Alex. Kann man weiterhin schwänzen? Trick 17. Nee. Ja, Louis, musst du auch sagen. Alex ist... Ja, ich warte... Digga, hast du ein Snaps schon geöffnet von mir? Bruder, vielleicht. Irgendwann mal, wo ich draufgedrückt habe. Aber da habe ich immer gesehen, dass du es bist und habe wieder geschlossen. Hast du da ein bisschen mal hochgescoldt? Wie viele Snaps dich nicht geöffnet hat von dir? Nee, ich stelle euch achtet nicht drauf. Aber ich habe ihn von dir geöffnet, das weiß ich. Digga, von mir öffnet er immer. Jungs, wer möchte mal ein Snapschat eins in den Chat? Von euch öffne ich die Snaps von ihm. Aber bei dir öffnet er auch, Digga. Ja, von dir öffnet er auch. Du verpasst was. Du verpasst was. Nee, ich verpasst eigentlich gar nichts, Bruder, weil bei dir gibt es nichts Interessantes. Daneben ist langweilig. Ich schwöre mein Leben. Nee, grieft es wiederum geil. Ah, nee, ich wollte noch Schlag zu enden auf Snapschat. Das habe ich gestern nicht gemacht. Muss ich noch tun. Okay, end mich auf Snapschat. Guys, good kids. Die guys sind ein richtig geiles Kids. Schöre, Alex, öfter meine Snaps immer so nach ne Woche oder so. Aber ich öffne sie. Nach ne Woche. Ja, aber du, es gibt nicht. Ja. Entweder, also deines Snaps gucke ich mir auch eine Motte. Aber wenn ich auf nur Staps gehen, dann drück ich dann noch 50.000 drauf. Wenn ich überraschne. Ich bin überraschne. Ich bin überraschne. Also ich, ich respechne gar nichts, was nur muss man. Alles langweilig. Ich schaue das gute Snaps sogar. Aber wenn ich dann, aber es schadet auch niemand eins geschrieben, der ja niemals, wenn man es netter traurig sind. Aber wollen wir mal darüber reden, dass du es halt einfach noch langweiliger ist als ich? Oder habe ich denke, diese, habe ich diese Küchenstaps geschickt heute? Boah, keine Ahnung, ich baue heute noch nicht auf Snapchat. Aber ich habe nur heute also aus dem Vorlesungsall gesendet, ne? Ja, das habe ich gesehen. Hast du noch zwei dirs? Äh, hat einen. Oh, da mache ich mit dem Helm nur. Sekunde. So. Ah ja, ich habe dir einer, du hast noch eine Ungeöffnung von mir. Und der ist, glaube ich, aus der Küche. In der Schule. Ja, ich öffne deine Snaps eigentlich auch immer. Manchmal, manchmal bin ich nicht oft auf Snap, also manchmal auf so inaktive Snap. Ja, nur ein Ungeöffn zahlt. Aber nur es, weil nur es kann man achten, wie viele Ungeöffnete ich abnehmen. Ja, wirklich, ich schiebe Handchen ab, mir reicht's. Okay, sorry. Das war nicht Handchen. Oh, das war so ein Dickel-Tantchen. Das war Handchen. Ja, aber Griff gesagt hat, okay, sorry. Wirklich, Junge. Oh, mein Arsch wird hier gesandwiched. Das ist gut. Louis, hast du mal überlegt, dir eine Familie zu suchen, die dich auch wirklich nicht... Mal die Fresse witzeln. Ich muss mich hier konzentrieren, Dickel. Jürgen, ihr macht mir gerade eine Familie in Sky Wars. Er sagt, er muss sich... Fokus. Mann, ich würde so gerne auf den Tisch schlagen, aber mein Mikro ist wieder kaputt, dann hab ich kein Bock drauf. Ich hab eine Familie in Minecraft Sky Wars. Oh mein Gott. Flieg und sieg, du fett Sau. Meine Scheiß, Fabian. Boah, Junge. Ich bretter dich um, Alter. Du wärst einfach mal mit bisschen fliegen, du... ...Rindgesicht. Immortal, wie findest du meine Fam? Ich halte die Fresse, geh aus meinem Ohr raus, Dickel, geh aus meinem Ohr raus. Okay, sorry. Nein, oh mein Gott, ich hab missklickt. Okay, ich warte es nicht wie kalt. Dickel, da ist ja noch so ne Fettsau. Dickel, Iser, jetzt ist zu spät, Junge, ich band dich. Tschüss. Spaß. Komm mal weg, Dickel. Ja, Navo. So. Dickel, wieso gehen eigentlich drei Leute auf mich, Dickel? Drei Leute klatschen mich hier in Minecraft. Ich weiß halt nicht, wo das Problem liegt, aber bin ich so hässlich. Ey, danke für deinen Follow. Ja, ja. Oh, Mann. Dickel. Kannst du mich grüßen? Grüße mir auswendig, Oskar. Hallo, bist der Beste, ich mag dich bestellen. Ich küsse auf dein Herz. Ist das auf TikTok alles? Ne, das ist YouTube. Sehr geil. Aber ich seh irgendwie, ich seh irgendwie die Chats nicht so krass, dass ich... Weil TikTok halt einfach so ne scheiß App hat. Oh. Wie lange hab ich denn noch meinen Rang? Nicht mehr lang, hoffentlich. 177 Tage. 117. Du kannst du nicht lesen, Dickel. What the fuck, Junge. Ja, ja. Ich hab mich verlesen. Aber egal. Dickel, du bist im Studium, what the fuck. Ja, Bruder, da muss man auch nicht lesen können, da liest du auch wie ne Scheiße. Ja. Und wirklich, Dickel, verpiss dich, Tanjin, Alter, sofort. Die steht mit dem Geist-Kit vor dir, die... Ja, ich weiß, Dickel, wirklich, Junge. Also, wenn sie dich so nervt, kannst du dich auch wegbannen, wenn sie dich unbedingt stört. Aber ich würd's jetzt nicht empfehlen, die Arme. Bann die weg. Die ist übelst nett, ich würd's jetzt nicht tun, ich würd's ja auch wieder entbannen, wahrscheinlich. Aber... Die wird's weghauen, Dickel. Dickel, hast du hier ne Statistik, ein bisschen. Bruder, ich bann die und entbann die einfach 20 Mal. Junge, ich wurde auch schon für Geist-Kit gebannen. Aber bei dir ist es ein begründeter Grund, du Stück Scheiße. Okay, sorry. Du bist erstmal kein Twitch-Sub. Ich glaub, ich hab's einfach nur mit Klicker durch. Das Argument Nummer 1. Du bist kein Sub. Achso, Dickel, grieft hat meiner, grieft hat meiner, aufpassen. Dickel, ich hab keine meiner, ich hab... Dickel, du hast deine Bühne an, Bruder. Ich hab deinen Eisenhelm gesehen, du Bastard. Dickel, es gibt's da ein anderes Kid mit Eisenhelms. Halt die Fresse, gibt's nicht. Nee, ich sehe auch seinen Eisenhelm. Ja, doch einen Eisenkopf, Dickel, der Knecht. Aber in real life halt. Ja, der ist auch ein Eisengolem. Was höre ich für eine Scheißmusik hier, Dickel? Dickel, ich sag euch, ich hab nicht meiner. Nee, ich höre die ganze Zeit keine Musik, Bruder, deswegen bin ich so schlecht. Du hast drüben, Dickel, würde ich zukommen, wenn du... Ey, da gucken genug Leute zu. In der Summe sind das... Ich check auch nicht mehr rum, tatsächlich. Ich hab alle Mittenkissen bekommen, ne? Ja, das sind jetzt zwei... Ey, die kommst du dir, pass auf, ne? Ja, Bruder, der kann kommen, der kriegt aufs Maul. Mach aber es nochmal nur so glücklich. Zwei, das sind zwei. Ja, Bruder, das sind zwei Loser, die ich dann umhau. Komm, komm, komm. Ich hab keine... Oh mein Gott, ich hab keine Rout. Nein, scheiße. Nice, oh die Pearls. Dickel, kann das mal überklippen, wie schön ich ihm da den Hit gegeben habe. Oh mein, bitte. Der war, der war ja, der war ja so close. Bitte einmal, oh mein Gott, ich brauch wieder TikToks, Jungs. Bitte klipp mal. Ey, ey, Tanchen, wenn du es wieder gut machen willst, dann klippst du das. Einfach, wie ich beide getötet hab. Wenn du es wieder gut machen willst. Wollen wir darüber reden, dass ich ihn nicht gelootet hab, obwohl ihr die abrüstet alles liegt? Schnelle Abstimmung, starten, Jungs. Ihr könnt einmal auf TikTok abstimmen, ob das Team lustig ist oder nicht. Digger, what the fuck, Bruder, warum gibt's sowas? Auf einmal, das zeigt mir TikTok voll an. Das Stream ist unlustig. Da kommst du eine Stimme gleich raus, auf unangenehm. Bist du dich tot? Dann kannst du abstimmen, du Schwanz. Okay. Okay. Ich hab von Quicks wieder gezwungen. Es wird Zeit, im Auto, es wird Zeit. Was sind das für Wobos? Bruder, Digger, das sind meine Jungs, meine Boys. Jungs, das waren meine Hunde. Ihr klaut meine Familie. Warte, ja, von Hund zu Hund, ne? Oder wo ist Tantchen? Da, wo ich schon sage. Ey, wir haben die schwierigsten Gegner eigentlich ausgeschaltet. Oh, Kaninchen, Digger. Ja, Kaninchen, bitte. Ich hoffe, dass Tantchen... Guck, guck, rüber, Mr. Jürgen. Was ist denn das jetzt, Digger? Schleim! Auf ihn, Jungs! Boys! Deine Hunde! Ich fick deine Hunde, Digger. Die Boys sind auf ihn! Die Drecksküter, wirklich. Guck, guck! Tee, hast du gesehen was? Ich brauchte keine Rod gegen dich, Bruder. Hast du gesehen? Wie viele das waren? Bruder, deine ganzen Jungs. Die ganzen Boys! Alle rauf, Jungs! Deine Ergebnisse sind da, null. Minipipi, Mann, ist in der Runde, Chat. Was ist das? Das ist meine Größe. Ah, schade. Gigi. Es gibt so Leute, die sagen, der Charakter zählt, okay? Stimmt nicht. Klinkel? Stimmt nicht. Ich verpiss dich, dass man in der Mitte grieft. Nee, das ist meine. Die snack ich mir halt. Ich habe halt mehr bekommen als du bei weitem, aber... Okay. Oh, warte, 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 warte. Es ist nicht drei, du hast zwei Jets bekommen. Ey, 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 an den Chat, ich möchte ein paar Pippo-DJs, Guys, sehen. Ich möchte jetzt ein paar Pippo-DJs sehen. Ich werde alle, die, die... Ich werde all dies reinschreiben, wegbannen. Alle. Ich werde Morte wegbannen, wenn er einbannt. Kommt schon, lass mich nicht im Stich, Jungs! Und Mädels. Schreibt, Bruder. Mein Gott, jeder, der mich jetzt ignoriert, ne, der wird von mir im Chat gedownowald. Besser ist das, Digga. Jeder, der... Jeder, der... Ich weiß, ich weiß, wer alles im Stream ist. Ihr werdet alle von mir im Chat gedownowald. Gib mal ein Schwert oder... Geschwerte oder Helm oder so. Ich donau euch die nächsten drei Streams. Schwert und Helm. Du darfst natürlich Geist spielen. Hier. Das ist kein Pippo-DJ. So, du brauchst Sword. Und eine Webs. Kreuz. Ich mach dir meinen Helm, ne? Ich mach... Oh, blöde. Ich mach kurz meine Familie. Scheiße, wirst du drauf gehen. Schiene? Schiene? Schiene bist du mit ohne Wort von mir. Keiner Schwanz. Der ist im Game, Leute. Wann gehst du rein, du Affe? Ja, weil das Loser sind. Das ist Louis Rod, also bitte. Der ist am Dead Timed, der Timed. Nein, nein, der Timed nicht. Doch, ich hab getimed, Digga. Der eben. Der wurde der Knopf gedrückt. Pass auf, über uns. Über uns sind Loser. Ich nehm dich mit, ich nehm dich mit. Digga, oh mein Gott. Das war Gravy, worauf ich einen Block gesetzt hab. Oder so knapp. Über dir. Der Mini-Pipi, Mann. Was für ein Fick ist das, Digga? Alle Hürden verbrennen, Digga. Digga, ein Massensterb ist hinter uns. Wie in China, Digga. Oh ja, noch? Oh, tofuck. Der muss umgebracht werden. Der muss ausgelöscht werden, Digga. Ah, wurde er schon. Das fand ich's grieft. Wer ist grieft überhaupt? Jörg, random, geil. Fußgott, oder was? Jörg, ich bin da Fußgott. Oh, shit. Oh, kriegst du noch? Das ist ja gut die Hunde gerecht. Mann, die haben meine Familie getötet. Das war einfach kein Reksköter. 1,6er kann ich. Ich steh noch stabil. 1,6,4er kann ich überhaupt sagen. Ich versteh kein Wort. Link, logisch, hing, schau. Der Erste, der einen Song reinschreibt, darf einen Song aussuchen. Moin, Schneesturm. Good night, mate. Schlaf gut, du süße Sau. Und denkt dran, Slaystormer, immer schon Sport treiben. Und folgt mir auf YouTube rein. Geh auf den Discord. Kling, ich hab den Kling schon, ich hab den Clip schon gesehen. Sehr süß von dir. Sehr süß. Warme Mingong, Samuel, Jaden, Green, Timothy, weiter sag ich's nicht, weil dann wissen alle deine vollen Namen. Aber, äh, wie geht's dir, mein Bester? Ich schwöre. Mein Name ist Bester. Samuel hat den geilsten Namen, der hat so einen geilen Namen, ist das ehrlich? Ich höre, wie viel Spielstundenaufgaben es zahlen. Ja, auf Harz. Ich hab einen besseren Song. Junge, bist du hartbroken oder ist alles gut? Was hat sie da reingeschickt? Ja, auch. Sie hat Ja, auf Harz reingesendet. Helde. Meiner ist besser, ich vertraue, vertraue, vertraue. Gibt es eine Song-Requests? Oh nein, das ist unser Mann! Scheiße, den hören wir danach. Komm, Oto, den hören wir danach. Mach den an. Den hab ich schon bei dem Motorrad gefahren gehört. Aber ist ein Banger. Now you want me one more time. Weiß der Geil, weiß der Licht, ganz egal, ich liebe dich. Also machen wir gleich erstmal Mortis. Also du kannst du bis zu dir auch so einen Ticken später. Big Bong. Boah, ich muss halt drei Chats behalten. Du wurdest permanent aus dem Chat gebahnt. Grund, Diskriminierung, Verbreitung, extremistischen Gedankenguts. Oh, okay. Digga. Das könnte so ein Intro sein. Extremistisches Gedankengut verbraucht. Boah, aber ich sag dir ehrlich, das ist, keine Ahnung, jeder Lava mal scheiße. Weiß du, ich hab nichts genutelt. Jeder Lava mal scheiße, Digga. Verbreitung, extremistisches Gedankengut. Ja, Bruder, ich will nicht sagen, dass ich als Kind nicht ein kleines Opfer mal war. Der, wie kann er sein, so schnitt... Digga, will er eigentlich Asyl oder was? Was macht ihr hier bei uns? Bist du, Digga. Da ist ein Kohl in uns auf der Insel. Oh mein Gott. Du hast ihm Weg gegeben. Nein. Der hätte doch sonst keinen Weg ins Land. Die Verbreitung, extremistische. Moin Epox, was geht? Ja, Deutschland. Ey Epox, willst du Isa kennenlernen? Ist eine ganz nette. Epox auf die Eins. Epox, Isa ist wie du. Schlechte in Minecraft? Oh. Das war ein krass, ein Crossbagger. Und tötet Immortal die ganze Zeit, so dass er sich aufregt. So ein Ruckswasser, Digga. Wer ist Immortal God? Du, ich bin Immortal-Kopf. Ja. Ach, Epox, du weißt doch, ich lieb dich wie ein Bruder. Wie ein Bruder? Ist auch ein Typ, ne? Nein. Achso. Ist ein geil. Ja, woher soll ich das hin riechen? Du bist so ein Blitzmerker, Digga. Ey, ich hab's dir schon 10.000 Mal gesagt, dass es ein Girl ist. Ja. Mann, der scheiß Kohle klaut wieder in der Mitte den Endsch, Digga. Der klaut immer alles, Mann, der Bastard. Lass ihn jagen. Ja, in real life bitte auch, Digga. Lass mich. Persönliche Empfehlung. Ja. Machst du, bist du verrückt? Ich hab keine Power-Scheiße, oh mein Gott, der Lied. Ja, GG, Digga. Don't come back from me. Boah, ich würde auf den Tisch lang geraten, aber Mikro-Gerko-Rutung, das geht nicht. Isa, bist du nicht irgendwie, als das Lied rauskam, geboren erst oder so? No, I don't think so. Hä? Wollt ihr keine Freunde werden? Schade, ich dachte, ich kann dir so Freundschaften knüpfen. Epochs ist nämlich immer ein bisschen einsam. Who do you think you are? Das freu ich mich jedes Mal auch. Okay, dann fangen wir jetzt erstmal an mit Immortals persönliche Empfehlung und danach... Chef. Alter, Louis hat auch noch was reingesellt. Warum Spotify, Louis? Dann such einen YouTube-Shop-Link raus, du kleiner Schwanz. YouTube. Digga, Scooby-Doo-Bidoo kommt auch böse. Haben wir ihn gesehen? UGH schreibt gehauen. Wenn ich dich wieder sehe, Digga, du wirst gehauen, Alter. So ist auf dem Boden liegst, Junge. Im Weins, Alter. Und dann wird er so in den Sack getan, Digga, und über die Grenze geworfen, Alter. Direkt. What the fuck, man. It's geil, was wenn Grenzen überwunden ist. No, no, no. UGH hat sich komplett gehauen. Digga, ne, man, woher hau ich komplett, Digga? Der ist, der ist nix, Junge. Ne, das klären wir jetzt, das klären wir jetzt. Mann, Digga. Ne, 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 das klärt ihr jetzt. Mann, die 1-0-1s, Digga. Ihr klärt das jetzt. Einmal alle UGH enden und ihm nachjappen. Wolltest du nicht? Ja, stimmt. Gegen wen jetzt, gegen wen jetzt? UGH. Du gegen UGH. Dreh ihn nicht mal an. Komm her, komm her, komm her, komm her. Leute, alle, alle Fans job mit der 1-0-1s, ja. Komm her, komm her, komm her, komm her, Digga. Das klärt ihr jetzt, das klärt ihr jetzt. Habt keine Cheats, komm her, komm her. Oh ja, komm her. Ja, komm ich, Morten, dann mach ich. Okay, jetzt wieder gefickt, Digga, der wird so gefickt, Junge. Okay, okay. Ich find gut, dass da bei Xingxiong läuft, ne? Ich bin, ich bin die Grenzpolizei, Digga. Ey, ich bin, Mann. Was bist du? Mann, was macht der da? Ey, wenn du morgens bleibst, dann komm ich morgen, aber heute kann ich nicht mehr. Ich muss erst mal vor Big Guys nennen, dann mach Scooby-Doo an. Ja, das war das Loser-Web des Jahres. Ich möchte anmerken, dass ich UGH letztens geobbytrapped hab, ne? Ich hab 6 Pots und 10 Herzen. Ich hab auch gegen den mit irgendwie alle Pots gewonnen. Weiße, geil oder weiße, nee? GG, 6 Pots, 10 Herzen, down. Du kannst dich mit Subway-Surfer aus der Piss, außer dass du mit YouTube schaust. Er will noch mehr, er will noch mehr, er will noch mehr, er will noch mehr. Ich würd sagen, ihr habt's bewiesen. Noch einer, noch einer, noch einer. Bro, warum kein Subway-Surfer? Das ist gut für TikTok und TikTok. So, 4 Big Guys. Hey, du hast viel gekickt, Digga. Ich hab gerade UGH gefickt, Mann. UGH war halt besser, er hat die Runde jetzt gewonnen. Ich hab ihn so gefickt, das eine, Mann. 6 Pots, 10 Herzen. Boah, so viel, was geht? Er hat keine Chance gehabt, Junge. Das Web aber auch geil, Alter. In der letzten Runde warst du halt mad und bist halt geliebt. Das Web war so clean, der erste Runde im Board, ne? Boah. Ich hab vergessen, ich hätte das irgendwie nur in der Slow-Mo-Version. So. Ey, was UGH gesagt, Mann. Ich fick den so hart, Digga. Ich hab ihn geten-hartet, Mann. Nicht mal Heel benutzt, Digga. Wie lange ich keinen MC mehr gespielt hab, ja, da ist der Fehler. Immer wichtig. Ich tenharte seinen Arsch so weg, Alter. Moin, wie geht's, wie steht's? Bin schlafen, Gunnar. Komm mal, willst du jetzt ernsthaft offline gehen? Ich möchte anmerken, ich hab das Super nur gegen UGH irgendwie gewonnen. Ja, das sagt schon viel aus, Digga. Der Mann mit den schnellen Fingern hat da UGH einfach umgekloppt. Hast du wegen Cheats gewonnen? Ja, Digga, sagt er jetzt. Hacked. Hab ich ihn schon auf Jimmy hingespielt? Warg, Jimmy, geschrieben. Ja, ob er cheatest du gerade, weil ich fick den so weg. Wie geht's euch eigentlich allen so? Finde ich gut, dass ihr alle antwortet. Luis. Ach so, ja. Ja, der Twitch-Chat und TikTok-Chat und YouTube-Chat. Alter, gegen mich, Digga. Alle Fans. Morgen im Stadion, Digga. Wer ist Chris jetzt, Digga? Ich zieh euch alle. Oder wer denn Chris weiß? Digga, okay, Jungs, alle auf Chris oder schreiben mit L. Tschuldigung. Ich bin immer alle hart in dich. UGH, ich hab so P-Stick hält. Kommt hier irgendwer aus Dortmund oder so? Oder nee? Na ja! Was sollen wir denn in Dortmund? Ehrlich? Ja, Maustre kommt Dortmund. Nee. Bist du morgen im Stadion? Nein. Gut, ich muss mal. Easy, Digga. Kein Bock auf morgen, du auch nicht? Also willst du mich jetzt gerade zum Skippen verleiten, Samuel? Oder was? Also mein Tank sagt, wir müssen nicht. Ja, so ungefähr. Aber es kommt darauf an, wie viel Bock du hast. Also ich guck mir sonst das Skript an. Halbestein oder so? Warte mal, ich guck mal. Weil das wird halt wieder nur... Also erste Partysen kannst du halt eigentlich immer vergessen, weil das halt einfach immer Eingedämmen ist. Lieden sind 50 Kilometer von mir. Ja, 15 nur. Ja. Willst du deinen Ort sagen, uns du? Nein. Das ist echt klein, das ist echt klein Stadt. Ich kenn die Sales, aber sag Draftenspiel. Ja, ich weiß noch nicht, ich kenn das, Digga. Wahrscheinlich eher nicht. Ich würde so gerne in Deutschland wohnen, dann könnte ich alle Minecraft-Lasten setzen. Wo wohnst du, Digga? Willst du es hier? Oh, Digga. UGH, schreib mir, komm danach, super, ich hau dich dumm und dämlich. Er soll sich trauen, er soll sich trauen, Digga. Der Arme, ich hab Chris irgendwie... Gib mal zwei Dias, gib mal zwei Dias. ... ein bisschen geboxt. Der Arme. Aber ich glaub, der hat das was treu geschrieben. Was brauchst du? Zwei Dias. Ähm, ja. Ich hab keine. Wie, du hast keine, Digga? Wer bist du denn? Ich hab gecraftet. Aber ich kann dir hier Eisen geben. Oh, Spitty, Spitty nicht. Oh, Spitty. Okay. Du musst das sehr wichtig. Jetzt tun. Aber neuer Englisch-Propf, was haben wir denn morgen? Digga, ich spiel mir nicht. Das war eigentlich. Boah, was ist das denn jetzt hier, Digga? Boah, Helle. Los, komm her. Bist du down hier, Digga. Digga, warum kommt der Dev andere jetzt? Wo bist du? Digga, ich... Das ist wirklich verrückt, Digga. Digga. Digga, Junge, ich bin an acht Seiten umzesselt. Und hab keine Raps. Ja. Hey, die Klossteam! Digga, I do that. Habt ihr mich grad'n Aschern gekillt, Digga? Wir gehen als Pferd rutsch. Überall waren sie, Digga. Okay, wir wollten jetzt den nächsten Song anmachen, Scooby-Doo. Scooby-Doo. Oh Mann, im Sprich, kannst du Sub-Rates so einfach reintun. Erstmal Scooby-Doo. Okay, richtig. Das war, glaube ich, das... Yo, er ist halt noch zu schießen, Digga! Ich will euch die Podcasts anhören! ... See you Scooby-Doo, coming after you. Was ist Scooby-Doo? Was ist Scooby-Doo? Was ist Scooby-Doo? Ah, okay. Ah, I see you Scooby-Doo, scheiße. Ich hab ein bisschen was verwechselt. 100. Was ist denn lange her? Imortal cheater, du verlierst gefühlt. Imortal mit seinen 17 TPS. Die 19 TPS. Hat er gerecrafted, der Bastard? Ja, ist uns traurig, dass du so viele Tees verlierst. Da warst du, Digga, ich verliere nicht gegen den. Scheiße. Der overhealt die ganze Zeit. Ich will dich einschlicht, John. Na, 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 Monster Hunter. Der kann nicht mal soupen, Digga. In SW konnte er eigentlich relativ gut soupen. Oh mein Gott, ich hab Chat geöffnet, Digga. Ja, das ist ein ganz krabbes Ding, glaub ich. Ausgeglichen, zeig ich. Alles aber nicht aufgeregt. Oh Gott, Stress. Uga, richtig Stress. Was ist los? Nicht viel, Brudi. Wir spielen ein bisschen. Aber ich mach jetzt nochmal, äh, Louis, kannst du mir nochmal einen Song geben? Ähm, weiß der geil oder weiß der nicht? Dein, das kannst du vergessen. Ja, GG, Digga. Bitte, bitte. Kannst du vergessen. Warum? Gibt's noch jemanden? Gibt's noch jemanden? Ah, Digga. Schieft, schreibt er. Subway. Oh, ich hab nur 15 von 8 nicht so vergessen. Was? 15 Subway Surf an, aber das nicht? Von mir? Ja, das ist besser als dein Scheiß, Digga. Was, Digga? Seronos, Digga, wie geht's dir mein altes aus? Easy Game, Alter. Null Geschmack. Live mit mehreren Gästen, Digga. Ich kann eine Mauter als Gast einladen, oder? Mach, mach den Bläh an, Matze. Digga, gar nichts mach ich von dir an. SG7 von Tilo. Oh, SG7, ich geh highhouse. Jage die Titus. Kommt auch böse. Ich hatte noch einen Banger-Song. SG7 können wir euch anmachen. Der ist gut, da hast du recht, Bruder. Kakao. Kakao, Kakao ist mein Löwe, Bruder. Übrigens, falls euch das Team gefaktet hat, ihr habt die Punkte drückt mit dem Daumen nach oben da lassen. SG7, ich geh highhouse. Jage die Titus. Ja, UGH, das ist ne Lüge. Das war nicht mit großem Abstand. Das war kein großer Abstand. UGH, Lüge, Digga. Ja, okay, komm ran, komm ran, komm ran. Trau dich. Ja, ja, komm, Digga. 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 Ah, so. Das war ein bisschen Interessant. Maglich, träg dich 1,20. 1,20 sagt er. Kann das sein? Ne, wie kommst du drauf? Ja, mir geht's gut. Zerron, du bist gottlos. Shark, Digga, altes Haus. Ey, Jungs, kommt übrigens mal auf den Discord. Ich weiß, Zerron, dass du bist drauf, Digga. Aber Shark und so. Ein paar Sete und Jungs. Die Boys. Kommt auf den DC. Ich muss den, ich muss den, ich muss den ein bisschen wegwerfen. wiederbeleben. Nein, nein, bitte nicht, Digga. Er weiß, was kommt, er weiß, was kommt. Das steht auch rein, Digga. Ich seh grad das 1-on-1, aber Louis, Louis leckt einfach nur. Du kannst dir vertrauen, Louis ist einfach nur ein Typ, der mit sehr schlechten. Der Cheater, Digga. Louis ist nur ein Typ mit sehr schlechten Internet-Hopbis. Cheatest du wirklich, Louis? Grad ja. Digga, du bist so schlecht. Warum schmeckt man so hart, Digga? Was ist das? Was ist das? Der 30 ist besser als du im Master. Der 30 ist jetzt, Digga. Ey, warte, was wollten wir noch haben? SG7, ne? Ich glaub, das ist ein Live von mir und das hab, ich küsse dein Herz. Aber ich bin auch live auf Twitch-Kart-Kauf, als... Wenn du, wenn du Tilo kennst, Bruder, du musst auf Twitch gehen. SG7, Tilo, Bruder. Aber das ist ein Legenden-Song von damals, Bruder. Ja, UGH, Jim auch, Digga. Ich bin Jim gewohnt, du Affe, Mann, wirklich. Geh mal ins Studio, geh mal in den Käfig, Junge. Aber ich muss sagen, ich hab den erst durch Vtricks und so kennengelernt. Ich war deine Mutter, Alter. Ja. Obwohl, ich weiß nicht, war's vielleicht doch Wegenox. Doch, Wegenox durch Wegenox kann's auch gewesen sein. Ja, Varenox, Nasenox. Varenox? Was Varenox? Nasenox. Ja, Nasenox und Wegenox sind zwei verschiedene Personen. Ich weiß, Digga. Kann ich dir einen Clip senden? Kommt auf den Clip an. Ja, save so einen Jumpscare oder so. Save so einen Porn, Digga. Alex sagt nicht nein. Clip nicht on, Simansch. Ja, da ist es nämlich schon, Digga. Oh, helle. Clip nicht on, Simansch. Ja, ich will mitgucken. Aber ich hab Angst. Ja, Luis kann sich den Clip ja angucken. Zeig es deinen Kollegen. Nee, Reef, mach an und mach Übertragung. Ich will keine Viere. Ja. Okay, schick mir Leonetti. Schick mir, schick hier Immortal Gods. Schick per Twitch-Whisper-DM. Oder gerne an. Hast du Übertragung? Er sagt dir so Rickroll, ne? Ja, ja. Will aber auch nur, wenn er... Nee, Digga, verpiss nicht, komm. Ich hab Angst, Digga. Ich küsse Ries, Digga, nochmal. Ja, geht dir. Titus. Ich brauch gute Rüstungen. Also, ich bin mal raus. Okay, ich schau deinen TikTok-Stream und geb dir ein paar Rosen. Scheiße, ich hab schon meine 80 Cent an Rosen gewastet. Fuck, Digga. Was ist das jetzt mit Clip? Das ist irgendein, keine Ahnung. Der schickt nicht. Scheiße. Okay, Digga, das ist ein Twitch-Clip, Digga. Der hat nicht angeschrieben. Okay, den kann ich auch öffnen. Es war nicht lang, denn… Droppt er oder was? Tro, troll er den Daily? S-Troll der, den Daily? Ich muss kurz, 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 ich muss kurz das auf Augen müden. Ach du heilige, hier kommt so ein Blick um rechts, aber der löscht den Clip auch nicht, oder? Bruder, das ist, das ist crazy, Digga, meldet den weg, Bruder ist doch gottlos, lass ihn doch. Nicht melden. Darenlord 2.0 ist ja wirklich vom Charakter her wie Drachenlord. Bruder, der ist der Hälte. Jürg, schick mir den Clip. 1 zu 1, er hat schon ein bisschen Ähnlichkeiten auch vom Aussehen her, ja. Ah. Bruder, what the fuck. Sonst noch so ein krasser Hackersong von Mini-Me-Checker, aber den hab ich nicht so gefühlt. Mach den Fortnite-Song von Mini-Me-Checker dann an. Nein. Der Hackersong von Mini-Me-Checker ist schon deutlich besser als der Fortnite-Song. Das sind beide richtig schlimm. Das ist von Drachenlord. Oh, Digga. Aber ich verstehe die Leute nicht, die auf Ernst so ihren Swans in die Cam halten so. Jungs, was denken die sich dabei so? Hier. Digga. Geld denken sie sich dabei. Ja, du denkst dir Geld. Ich glaub nicht, dass das Mini-Me-Checker ist. Es ist nicht mehr legit. Ah, Digga. Das ist mir nirgends Kacke abgemischt. Wir müssen auf YouTube gehen. Und du klickst dir was klein. Wer bleibt, mich geht klein. Auf Besuch, hier, Box oder Hut zu nehmen. Ich weiß er, ich weiß er nicht. Und bleiblich, hauptsache geht durch. Da war ich darüber reden, dass er auch komplett recht hat, mit dem Sinn ist. Allein Heckin, aber selber schlechtes, was auch Glück angeteilt. Und ich hab' noch Spaß dabei. Antino und wie schnell wir auf sind. Full Pride, Emily. So, ich sag' eins bis drei. Es ist nicht mehr legit. Aber ich glaube ich geh jetzt auch gleich auf Reine, nach dem Zoll. wird auch ein bisschen müde, was machen wir dafür oft? Nicht mehr Let's Shoot Zwischen Hack und Let's Shoot Häsch'n großes Gäbstes Aber Immortus ist wirklich, Immortus ist wirklich im Fansite Da muss ich ehrlich sagen, Jungs, Immortus ist im Fansite Du hast mit Facecam, mit Facecam gestreamt, ne? Ja, Immortus hat mit Facecam gestreamt Dann haut rein, ich wünsche dir noch einen schönen Abend Ich kann ganz Twitch damit hauptsinnen, damit kannst du viele hauptsinnen, ja Aber ich glaube, dass du dann auch schnell einen Twitch-Partner bekommst Wenn dich ein großer Twitch-Partner meldet, will ich vorsichtig sein Gut, dann sieht man sich Ähm Haut rein, schönen Abend euch allen noch Tschö tschö Jetzt Danke 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 Vielen Dank.